Werbewirbler könnte man Ray Riveras Beruf nennen. Mit seinen Kunststücken soll er für einen Burgerladen Kunden anlocken. Seine Bühne ist eine Straßenkreuzung in der US-Hauptstadt Washington. Sein Publikum? Autofahrer und Passanten. Yeah, there you go. Happy Holidays. That was awesome. Ray arbeitet als professioneller Signspinner. In den USA sind menschliche Schilderhalter nicht selten. Mit akrobatischem Geschick, einiger Übung und der passenden Musik auf den Kopfhörern wird daraus ein werbewirksamer Hingucker. It's the energy from the people, the interaction and the energy you get from the music. Der 21-Jährige versteht sich nicht als Werber, sondern eher als Entertainer. Im Internet präsentieren die Signspinner ihre originellsten Tricks. Die Firma, für die Ray arbeitet, vermietet inzwischen auch in Europa und Asien Schilderwirbler. Sie hat einen Wettbewerb veranstaltet und dabei Ray zum weltbesten Signspinner gekürt. Aus dem Schulabbrecher ist ein Szeneidol geworden. Ich gehe irgendwo und sage, oh mein Gott, du bist Ray Rivera. Du bist großartig, schau, was ich tun kann. Dankeschön zu dir und so weiter. Ich schaue deine Videos und es ist wirklich ein großartiges Gefühl. Es ist einfach jemand, der an dich sieht. DC's Finest, have a great day. Gut 20 Dollar pro Stunde verdient Ray im Straßeneinsatz. Nun will er eine Werbeagentur gründen und andere Signspinner an Firmen verleihen. Er selbst findet, mit seinem Meistertitel hat er nun alles, was man mit einem Schild in der Hand erreichen kann. Come on DC, come on! DC's Finest, hat er eine Werbeagentur gründen, was man mit einem Schild in der Hand machen kann. Das ist eine Werbeagentur gründen, was man mit einem Schild in der Hand machen kann.